hier drin liegen es verbessert aber nicht hier geht es wirst du tun wir kommen erster kopf ja ich möchte etwas in sachen oder wir klatschen dann lasst den klatschen 219 level ja da war ich mal da muss ein hebel hoch machen und wenn du fertig bist musste wieder runter drücken also momentan sind jetzt glaube ich irgendwie also grobe 700 level drinnen und drei köpfe einer noch dann machen wir ein sieht daraus also willst erst sieht man was ja oder so unentscheid die ganze zeit immer wieder zu fahren wenn das weiter hier stehen lassen und danach wieder fahren wenn wir den zieht haben aber ist sinnvoll ich fahr jetzt erst mal ein bisschen ja oder das klar man kann es so machen da sind wir noch kubberstunden in die storage lagern kann anfangen zu bauen das ding kann es anfangen zu bauen ich doch wenn anders dann anfangen zu bauen ich habe noch drei gibt es ist klar wenn du einen herstellt sind kriegst du noch vier stück gleich ja da war was ich finde das gecheatet es wird ja alles gescheatet was du nix selber aus mit einer habe ich nicht aus das gut für oder in da ist auch klar hört ihr den hund schade 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 schaden den hast du nee den hast du wo haben wir denn noch samt da ich brauche da brauche ich glaube momentan nicht was denn noch jetzt muss ich überlegen ich habe nur viel eisen verballert gehabt ne ich glaube ich habe die kobe wieder angeschmissen ab gestern schicicicic smelter 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 hallo da ist er smelter hast du ein brick fehlt mir noch genau ein brick ein brick davon kack zack zack ich wollte gerade sagen ich habe zu wenig boah ich will dieses kackzeug eigentlich fähig haben deine fresse skelett deine fresse selbst klatsch das ist so wie vorher das muss ich vielleicht da rein schmeißen ist offen hier ja ich habe vorne oder oh nein wo sind die laut alter schwede was denn boah ohren krebs was ist so laut scheiß maschinen oh boah aber nicht laut ja pech bei dir ist alles pech 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 so frisch gelaunt ähm so gut gelaunt bis heute wieso nicht warum bin ich das mal nicht ja nach der arbeit ist doch ja ok oh ich hab doch heute noch frei also du musst morgen haben das ja los krech Quatsch. Freust du dich doch? Nö, nicht wirklich. Warum machst du die Arbeit an, wenn die dir nicht gefällt? Hab ich denn schon gesehen, Wut? Soll ich jetzt sagen, warum? Ist doch egal. Okay. Jetzt kommt dann nichts mehr raus. Du kommst nichts mehr raus. Du kannst doch jetzt wieder eine andere Arbeit nehmen. Upgrade. Ich hasse Ghasts. Garst du nicht so sexy. Garsts. Der ist schon ein bisschen sehr gut. Komm, komm, schieß doch einen. Der hat schon sehr gut drin. Das ist schon mal tipptopp. Dann können wir hier zumachen. Da zumachen. Muss ja schön aussehen. Zack. Müssen wir machen. Kein Stein mehr. Und die noch. Eins, zwei. Dann kommen wir mal den unten weg. Die Grinder haben jetzt zu tun. Hast du dir so viel Erz reingeworfen? Hä? Hast du dir so viel reingeworfen? Ja. 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 Das ganze ME-System war noch halbwegs voll damit. Ja. Für Spaß würde ich sagen. Ich musste die Eisenkisten eben zu goldenen Kisten machen. Hm. So ein Knall würde ich gar nicht machen. Fühlt zu unnötig. Ach. Ach. Ich bin in den schwarzes Wasser rein. Ich bin in den schwarzes Wasser rein. Ich bin in den schwarzes Wasser. ll Acho doch nicht ne. Dasöl vielleicht, ne. Fl gern. Ja. fast unten raus aus dem guck mal wie viel der noch hat voll viel 24.000 24.000 sowieso in die Hölle ich schul dich ab ja aber wer da hämmer mir auch ich muss eben per was los werden im tausend kann ich direkt zu dir stoßen was das heißt du bist drüben in der welt wo war denn hier noch ein loch ich komme mal rüber da ist das portal ja wie ungewohnt ist es das ding hier steht von mir ja es ist da kommt ein loch ein aber auch immer sonst riesen löcher so black wo bist du kommt man zum da sind pigments da bist du naja ich sehe dich da hinten oh blazes was denn was denn oh warte ich muss die im klatschen warte shop 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 die im klatschen hier oh hab ich den stärke ding gar nicht oh ich hab den stärke buff gar nicht mach die trotzdem war mit ja ich ich bin schon ich bin schon sagst du ja hab ich ja super dann ja ja sam im neuen da So, siehst du? Und hier ist... Hier eben, wenn du von draußen kommst, bitte nicht töten.